UNTERTITELUNG Es gibt da einen, der hat einen Trafik in Wien. Ich hab ihn schon telegrafiert, Otto Trischneck heißt er. Und was heißt das jetzt? Das heißt, du machst dich morgen auf den Weg nach Wien. Servus, Frau und Sohn. Das sind echte Havannas. Ein Trafikant. Verkauft. Genuss. Und Lust. Das ist übrigens der Professor Sigmund Freud. Von dem hast du sicher schon gehört. Der richtet den Leuten den Kopf wieder grad. Seine Zigarren. Herr Professor! Darf ich Sie ein Stück begleiten? Hast du nichts Besseres zu tun? Du bist jung. Such dir ein Mädchen. Ein Mädchen? Wenn das so einfach wäre. Spür ich da unten was? Entschuldigung. Warum Entschuldigung? Ist schönes Kompliment. Brauchst du ein Rat? Ich tanze mit dem schönsten Mädel der Welt. Im nächsten Moment ist weg. Weißt du, mit den Frauen ist das wie mit den Zigarren. Wenn man zu fest an ihnen zieht, verweitern sie den Genuss. Über die Nationalzeitung. Die gibt's ja nicht. Jürgen Freynd. Meine Träume. Ich weiß nicht, wo die überhaupt alle herkommen. Wir könnten doch weggehen, wir beide zusammen. Nur mit viel Mut oder Beharrlichkeit gelingt es uns hier und da ein Zeichen zu setzen. 비週END eine helplatte ist hier. VAppennозertsern eine riesige Zeit lugar. Nur mit Hilfe. Wahnsinn! 구�ann! age